Let's get ready for FIFA URRACKEY Wir spielen heute Schalke gegen Bayer 04 mit Jay und Sepp, die lieben gerne mit Schalke spielen und Christian und Hadi spielen mit dem Bayer Leverkusen. Was sagst du, Jay, deine Lieblingsmannschaft? Ja, also ich würde einmal eine Leverkusen 2-1. Da wirkt das direkt schon ab. Da darf ich gar nichts zu sagen. Da wirkt das direkt schon ab. Ich sage 1-1. Was sagt ihr denn? Achso, 1-1. Ich sage, Bayer Leverkusen gewinnt 2-1. Die Schalke haben einen scheiß Saisonstart, oder? Ja, sagst du, 3-3 gegen die Lappenmannschaft vom HSV? Das ist schon eine Leistung. Oh, die haben ja Schöne noch. Boah, die Schalker haben echt eine schicke Mannschaft. Ohne Spaß, ich hätte es den Hamburgern so sehr gegönnt, dass die gegen Schalke gewinnen. Ja, aber die haben halt Adler im Tor, da machst du nichts. Ja. Immer noch besser als Starke. Ist halt so. Also Adler ist das Schuld, was die nur unentschieden gespielt haben. Das hätte Hamburg gewinnen müssen. Der Draxler ist stark. Der Hünteler, der geht mal weg hier. Man muss ja sagen, der Draxler hat einen besseren Charakter als der Götze. Kann man mal so sagen. Weil der schön bei seinem Verein, weil der schön bei seinem Verein geblieben ist. Ja, Bullshit, bla bla. Was? Ja, entschuldige bitte, ja, wenn du die Chance hättest, bei einem der besten Vereine der Welt zu spielen, ja, dann würdest du auch nicht sagen... Ja, aber Draxler hatte auch Angebote, die besser sind als bei Schalke zu spielen. Ja, keine Ahnung, aber ich finde, wenn man die Chance hat, so eine Karriere zu machen, dann sollte man die auch nutzen. Ich meine, wenn du da so Teamkollegen hast, ja genau, die nutzt du dann mit, äh, mit 20, dann spielst du drei Jahre bei Bayern und danach kannst du bei Bayern mit 23, dann, äh, wirst du dann abgeschoben nach... 1. FC Köln oder so weit. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also gut, es kann natürlich sein, dass da wirklich da jetzt der Götze zum Weltstar aufgebaut wird. Kann aber auch sein, dass der jetzt, äh, richtig verkackt. Aus der Entstimmung bitte, ein Lahm spielt ja auch schon ziemlich bei Bayern. Ja, ich meine, gut, der ist da groß gewonnen, aber trotzdem. Naja, also... Ne, wie gesagt, entweder, entweder du... Setz dich halt durch in Stuttgart. Ne, der ist, der wurde aus, der war ausgeliehen damals. Oh, ja, Stuttgart. Ja, der ist ja schon, der ist ja schon ewig da. So, und den haben wir auch nicht in Schalke. Bo, guck mal, da haben wir auch schon gesessen. Oh, ja, da so, wo der roten Block ist, da wo der roten Block ist. Ja, er ist echt so. Ja, direkt da am Rand. Wir konnten die Dortmund-Fans fühlen, aber irgendwie... Timo Pucki? Spiel war ohne Hünsel, da? Ja, nee. Finde ich gut, da beim Pucki. Moment. Ach, ich dachte, ich bin ja blau. Hey, du bist, ich wollte gerade sagen, wann machst du das? Ja, ich war die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit rot in den beiden letzten Spielen. Das ist jetzt verwirrt. Sorry. Jay-Z droht. Oh, und hier wird die Abwehr voll weggezogen, man. Ja, die haben ja noch nicht den hier Tele Santana. Tele Santana, was? Aber wenn Santana wieder so abgeht wie bei Dortmund in so manchen Szene, dann wird das nur witzig. Ja, hat er doch schon mal ein schönes Tor verursacht oder so. In seinem ersten Spiel direkt. Ja, das verwirrt mich. Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen korrekt. Was denn? Alles easy, Junge. Er war im Abseits. Er war im Abseits, Sepp. Schieß! Am Arsch war der Pucki. Alles easy. Käpt'n Timo, Pucki meldet sich zurück. Ja, echt. Er ist doch Timo, oder? Ja, ja. Oh, so eine Scheiße. Hat sich einer ausspielen lassen. Erstmal direkt die Hoffnung im Keim ersticken, dass, äh, Hadi und... Wie, wie tippen wir denn überhaupt? Christian hatte, glaube ich, ja gesagt. Ich habe ja nur gesagt. Ne, ich ja nicht irgendwie. Also ich glaube, ich glaube an die Schalker Kraft. Oh, spiel doch, Adi! An der 2-1. Ja, ey, was haben die denn hier für eine Ballkontrolle, die Homos, ey? Ja, gar keine. Ja, ich merke das schon. Ach, ich bin ja schon wieder der... Oh Mann, ich wollte wieder den Roten steuern. Ja, scheiße. Verwirrt mich gerade, echt. Hammermäßig. Ach, Wollscheid. Haha. Jetzt so langsam. Ah, nee, Pucki kann nicht so gut Köpfen haben. Dann müssen wir mit Huntela spielen. Tündula. Oh Gott, aber es ist hier. Keiner. Oben. Ach, komm's. Dann lässt sich erst mal eine halbe Stunde Zeit hier, Hadi. Voll nicht. Wie gesagt, die Schalker, die haben, äh, habe ich glaube, die haben echt eine gute Mannschaft. Die haben mittlerweile auch ganz gute Spieler, ja, ja. Aber die können es da trotzdem nicht umreden. Boah. Nicht den Trainer haben. Also keinen, der jetzt hier überragend ist. Nicht so ein Kloppo oder so. Ne. Ganz starke Trainer, finde ich, sind hier halt Guardiola. Gut, der hat ja auch eine Menge erreicht. Bob sowieso. Oh Mann, da flügt die mir den vom Fuß, ey. Der streit ja, der Mourinho, der ist ja, der ist ja auf jeden Fall ein starker Trainer. Na. Ja, auf jeden Fall. Ach komm. Auf jeden Fall wird der gut bezahlt. Das ist ein bisschen zu viel rumgespielt. Ja, war ein bisschen. Ich habe halt gewartet, bis er da ein bisschen frei ist, damit ich da Jay anspielen kann. Ja, aber der Streich von Freiburg und der Tuchel von Mainz, die sind auch saugut. Ja. Das stimmt, der Tuchel ist auch echt gut. Ja. Und der, wie heißt denn der von, von, von Augsburg, der hat auch richtig viel erreicht, letzte Saison. War das der Local? Ne, Weinzieher heißt der, glaube ich. Ach so, da. Ja, stimmt. Das sind so, die Top. Oh, oh, das war gar nicht schlecht. Oh, leute. Obwohl er fehl, fehl ist auch nicht. Oh, dann blockiert er mich hier, ey. Oh, da hat er ihn. Nein! Ich habe auch heute echt ein Pech. Können wir uns doch auf einigen, dafür mal schossen, aber wir auch reinmachen. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der Schürrle da hingest? Gar nix. Alter, das war echt hart. Boah, das passte gerade. Was kann ich denn dafür, wenn der Schürrle den verschießt? Ja. Ja. Also Hardy, der war, der hättest auch mit ins Tor laufen können. Oh, nö. Dann passt der da nicht hoch. Ach komm. Ein Foul. Nice. Sehr schön. Ach man. Piu. Und Paysnub. Schade. Cooler Sinatsch. No. Sehr schön. Nein. 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 Warum grenzt der denn da? Passt der nicht. Oben. Oder selber. Ach nö. What the fuck? Ich musste erst mal auf links auflegen mit Bastards. Nice. Zero Boyle. Also der Leno ist erst mal getrickst. Der hält ja irgendwie gar nix bei euch gerade. Das ist der Adler. Ne, Leno. Alter, Sepp. Da haben wir doch eben darüber geredet, über den Adler. Ja, ich musste mich halt über die, um die Stammspieler einstellen. Das ist echt ne Ahnung vom Fußball. Juhu. 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 Es macht aber Spaß, den Hadi ein bisschen fertig zu machen. Jetzt. Oh. Das war der gleiche Winkel. Kann ich sagen, dass ihr bei euch nicht reingeht. Christian, ich würde das reklamieren, hier mit Hadi. Was? Ja, hier mit dem spielen zu müssen und so. Das würde ich der Geschäftsstellung melden. Ach ja am Arsch, Junge. Zum Nachholt sammelst du da wieder für Müll. Ja, ruf Verdi an, du musst mit Hardy spielen. Ach komm. Aber wir können uns darauf einigen, dass wir Hardy austauschen für einen Bot. Oder so. Nee, dann hat er keinen Bot. Dann hat er keinen Bot. Doch, dann kriegst du doch einen. Nee, dann wird er doch nicht stehen. Nee, ich glaub, wenn du Start drückst, dann geht der als Bot. Oh, nein. Ah, komm. Oh, nö. Dann nimmt er wieder den Ball nicht an. Ja, nein, das gibt's doch gar nicht. Ah, schade, war knapp. Ich hab's da sogar langsam gelaufen, ey. Finde, haua. Pucki. Pucki ist doch ne Fahrradmarke, oder? So für Kinderfahrräder. Boah, Spiel ab! Ich hätte früher auch ein Pucki-Fahrrad. Ohne Scheiß. Hast du mal hart geritten, ne? Ja, das hab ich hart geritten, Sepp, genau. Haha, das hat er hart geritten. Sepp ist auch seinen Fahrrad immer geritten, ey. Ja, ohne Scheiß, ich weiß auch nicht, was Sepp mit seinen Fahrrädern macht, aber ich fahr die in der Regel. Den hab ich. Ich reiße die mal hart. Ich deck den hier. Ja, wie, den hab ich da hier drüber hinten? Nein, ich wollte den, ich wollte den anderen decken, Junge. Ja, Hattie, deck lieber Schweine. Ja, Hattie, deck lieber Schweine. Reink für den doch auch mal hart. Hier. Oh! Mein Gott. Ja, die wollte ja auch einen anderen Dadurchbruch machen. Ach, nee, nee, nee. Oh, schade. Ach, ja, pflückt mir den Ball direkt wieder weg. Und da. Was? Ballstuhl. Ah, auf jeden Fall hier. Was? Gelb? Was? Ja. Was geht's aber los hier, ey? Ja, was denn? Der ist aufgestanden, ne? Dass er hingefallen ist oder was? Euer Spieler da drüber gefallen ist? Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, FIFA Engine wieder. Ohne Mist. Oh, ich hab grad einen Leck. Ich hab dieses Ding jetzt. Ach, du hast einen Leck? Der hat nur den Ding jetzt gewechselt. Das hat jetzt jeder einmal einen Leck. In unserer Aufnahme-Session. Ich wurde dafür belächelt. Piu. Ja, machen wir ein Tor, ne? Ah, komm, ich glaub vielleicht... Alter, ich hab da oben gedrückt! Ich hab da oben gedrückt, du scheiß Knüppel, ey. Ohne Mist. Ja, ich passe natürlich zum Torwart. Ja, klar. Na, hart rollen. Hast du dir gedacht, so, ich lass den jetzt auch mal eine Chance? Was war das denn? Ja, das war keine Absicht. War gewollt, oder was? Ach, lepp mal funky, Junge. Alles easy. Ja, das war aber in die Kacke. Ach, das war der Steilpass. Nein! Boah, wieso renst du dir nicht hin und köpfst dir einfach zur Seite, du Mistgeburt, ey? Ja, sicher. Erstmal schön die Spieler bleiben. Hätten Hardy mit Schalke spielen lassen sollen, dann hätte er die erstmal schön beleistet. Und wäre der Super gewesen. Boah, nice! Und bei mir zeigt er immer irgendwie einen anderen Spieler als, als, äh, Verfolger an. Alt, alt, alt! Ich bin Hardy! Boah, was für behinderte Fick-Tore einfach nur hier. Hardy spielt den Ball ab. Genau, lassen wir Christian hier das ganze heiße, ey. Ah, die macht Spaß. Ach, Mann! Ja, ich bin... Sagst du, Jay machen noch ein Tor? Ja, klar. Ich bin schon fast wieder in den Troller-Troller-Modus. Ja, alles so faul. Hahaha, nice. Jeder Schuss ein Treffer. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, alte Nutten fahren gratis. 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 Ja, hab ich richtig gut geklärt, Christian, sagst du? Ja, meinst du, Shida macht auch mal ein Tor? Ich find schon. Der macht ein Tor. Ey, lol. What? Jetzt faul den doch. Jetzt brechen die Beine. Oh nein! Scheiße! No, wie geil! Boah, war das knapp! Alter, war das geil. Vor allem der ist in dem Torwart noch abgeprallt. Alter, war das geil. Boah, wär das geil gewesen, ey. Fuck! Mann! So, jetzt machen wir das. Komm, Fiesling. Ja, erst mal, erst mal sich selber gewechselt. Ja, man sieht sich ja einen eigenen Spieler um, ey. Oh, lol. Oh, dat ist nicht gut. Oh, dat ist nicht gut. Jetzt renn! Christian! Oh mein Gott. Das kann ich nicht machen, guys. Das ist ein Witzel, ich hab einfach nur schießen gedrückt. Ja, ich sag doch gar nichts. Ich bin ja total kack, dass die Spieler da nicht geschissen kriegen. Toll, Christian, ey. Du bist echt zu nix zu gebrauchen, hier, du. Ja, ja, nein! Also, der Leno, der hält aber auch Dinger, ey. Leck mich am Arsch. Ja, total, ey. Der hält voll krass, ohne Scheiß. Boom! Was? Was? Ja, ich schrieb mich auf über mein Torwart. Weißt du, die behindertsten Tore, die hält der nicht, war aber so eine Scheiße. Aber so eine Scheiße. Ach, so weit, in der Halbzeit. Ey, das war Angriff, Junge. Wir hatten voll den ganzen Kontext. Ja, es war Halbzeit hier mit 4-0. Ey, Sepp, wir müssen die elf Spieler noch vollkriegen mit den verschiedenen Toren. Vier Stück haben wir schon. Kein Doppelpack. Aber wer hat denn alles schon? Ushida muss noch treffen. Pukki hatte, Rasslos hatte, Draxler hatte. Oh, Mann, hier, hier. Und Höger. Höger hatte. Verpfannen muss noch. Nee, Höger hatte. Ja, verpfannen muss noch. Verpfannen. Mit Ushida, Mann, kriegen wir den. Verpfannen, wenn wir dann einen Alleingang machen. Den hast du, Christian. Jawohl, und jetzt rein der Ding in. Ja! Ja. Ach, komm, ey. Oh, Mann, ey. Das ist aber echt depressing. Ich weiß, warum ich nie mit Leverkusen spielen wollte. Ich habe einmal mit denen gespielt, das hat mir gereicht. Ja, aber Leverkusen oder Schalke, ey, da spielt man doch viel lieber Schalke. Auf jeden Fall. Die Entscheidung stand für mich fest. Da, der schießt mit dem Tor. Ne, der hat schon. Na, der hat schon, na, verdammt. Höger hat schon. Ach, Mann, nehmt mir nicht den Ball weg. Der hat schon. Grätschen. Wer hat auch nicht. Ja, der meint sich doch. Nein. Ach, ach, verdammt. Der hat noch nichts. Wer ist das denn? Ne, Jones hat schon. Jones hat schon. Moment, da hat Höger doch noch nicht. Ich habe mit Jones ein Tor geschossen. Ja, dann hat der. Hä? Was, das hat schon. Der darf nicht. Ich wollte doch nur gegen Pfosten schießen. Hä? Moment, dann habe ich. Hätte ihn da noch nicht. Alter. Ja, da ist er auch schon. Ja, komm, ey, da ist keiner mehr. Ach, da ist einer. Cola Asinac, der muss doch schießen. Na, Mann, der hat aber keine Ballkontrolle. Oh, Gott. Hier, da kommt doch bestimmt auch noch einer, oder? Alter, Matip. Nein. So, Fafan, hau mal rein. Komm, Gretchen weg. Gretchen weg, Christian. Brich ihm die Beine. Brich ihm die Beine. Scheiße. Das hat mich so verwirrt. Okay, das war nice, Leute. Das war nice, ey. Jetzt grätschen sich schon die eigenen Spieler um, ey. Der Schalker Salvatore war euch in der Mannschaft. Piep, 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 piep. Ich pass in meine Pfeife wie ein Mannschaft. Alter. Da kommt, Leute. Ja, ja, auch. Der ist verletzt. Du hast Pucki zerstört. Der Mutti ist verletzt jetzt. Ein komisches Vaginal... Pucki ist kampfunfähig. Jetzt geh doch mal hier drauf, ey, Mann. Hau rauf! Oh, das war knapp, ey. Bei jedem Torschuss kriege ich aber trotzdem Schweißersbruch bei dem Hildebrand. Also, Hildebrand ist total der Super-Torwart. Ja, der ist auch Fliegenfänger ersten Grades. Weiß auch nicht, dass die sich da keinen neuen geholt haben. Wenn man noch mit so Graupen da spielt. Also, ganz im Ernst, Schalke ist echt gut aufgestellt, außer im Tor. Jemand ist nur so ein Möchtegern-Torwerte. Fährmann ist scheiße. Hildebrand ist scheiße. Haben die nichts noch was in der Jugend? Unerstall ist auch scheiße. Ach komm, sonst noch rum. Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche komischen Kommentare von wegen, die sind gar nicht scheiße. J, du hast keine Ahnung. Das ist mein Liebling. Ja, guckt euch doch mal die anderen Torwerte der Liga an. Ohne Scheiß. Da müsst ihr euch mal ganz tief in euch hineinsehen, die Flamer. Ja, und dann wisst ihr, die sind scheiße. J, du kannst das doch. Egal, was wir sagen, wir haben nie eine Ahnung. Hadi, wer ist Trainer von Schalke? Wenn ich finde, dass starke Scheiße ist, dann ist das meine Meinung. Vor allem die geilsten Kommentare fand ich damals, du musst doch jeden aus deiner Mannschaft geil finden. Ja, Bullshit. Ushida, der muss noch ein Tor schießen. Boah, nein, hat er sich nicht da durchdribbeln können. Dann wurde er gedribbelt, gedoppelt. Der fehlt natürlich. Ja, vier gegen zwei, kein Problem. Hör mal, der Flanke, ja. Guck mal, ich luchte da und er passt mir echt saugut. Ja, super, finde ich, ey. Wo sind denn unsere Spiegel, Jay? Das kann doch nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Wir streichen alle. Wir spielen jetzt auch sehr offensiv. Ja, auf jeden Fall. Oh, alles nach vorne. Ich wollte ein bisschen tricksen. Boah, ey. Ja, warte, du rettest bei 4 nur noch eh nix mehr. Da können wir mal ein bisschen Spaß machen hier. Ja, dann können wir auch für uns spielen. Wieso denn, wenn ich ein bisschen tricksen wollte? Ja, bringt doch eh nix mehr. Ich wollte doch eh nur ein bisschen tricksen. Wo kommt denn da der Spieler her vom Pfosten? Weißt du, in FIFA heißt Trollen nicht Trollen, sondern tricksen. Ja, so, hier, zack. Zack, die Bohnen. Alter... Jawohl, Christian! Alter, es geht's ab, ey. Sie hat Karte! Es gibt Rot. Jawohl! Wie bist du denn? Die hast du aber geholt, ey. Wofür denn? Er hat schon den Ball gespielt. Ja, genau. Boah! Voll auflaufen lassen, ey. Was ist denn? Er hat schon den Ball und zwei Oberschenkel, ja. Alter Schwede. Er ist noch fett rote Karte. Christian, wir machen das noch. Wir haben noch 17 Minuten. Hört die Schnauze. Was denn? Wieso bist du denn jetzt aber auf mich? Hier ist, weil ich mit Hardy spiele, kommt so eine Scheiße dabei raus. Das stimmt gar nicht. Letztes Mal, warum so ein... So, hier, uh, Abstoß. Boom. Boah, das ist voll gemein. Warum stehst du da vorne nicht, Hardy? Wolltest du tricksen? So, trickst dich durch. Ich will. Das ist jetzt echt gemein von dir. Scheiße, jetzt kommt wieder her. Jetzt muss ich die ganze Zeit wieder lachen. Jetzt kriegst du doch scheiße. Zeit gescheit. Oder trickst dich nach vorne. Ich wollte nur einmal tricksen, weil es ist eigentlich so gemein zu mir. Ich komme mit diesem emotionalen Druck nicht klar. So, hier, ich spiele jetzt normal. Ja, super. Dann konnte ich ja nichts für. Warte, ich foal dir nochmal eben. Jawohl, mach rein. Der Torwart ist so unhebend. Komm bis her zu mir, der kann ja gar nichts. Jawohl, der verfallen darf auch nochmal. Oh, nice. Warum heißt der Torwart eigentlich nicht Warwalk? Auf jeden Fall schlecht als Proof-Teamrate. Meine Fresse. So, komm Christian, wir machen das jetzt. Bitte keine Eigentore. Was? Nee, über das Level seid ihr schon mit 5-0 hinaus. Nee, komm. Also, lol, das wäre voll der Sahne-Pass gewesen. Ja, und das auch. Mach mal. So kann man das natürlich auch machen. Oh mein Gott. Das ist wieder gespeichert. Da kann ich ja nichts für. Ja, da ist so die Standard-Aufgabe. Ja, Torschuss. Ja, da kann ich nichts dafür, wenn das Spiel so scheiße ist. Danke viel. Jay, du kannst versuchen, den Ball zu verlieren. Aber wenn du nicht, kannst du passen. Hui. Oh. Scheiße. Komm hier. So, jetzt hier, pass auf. Drehen. Hey. Was denn? Boah, wie die Leverkusen auch mal keinen Ball halten können. Das ist der Watt. Zwei gegen drei. Geh drauf. Christian! Brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Der wieder gespeichert. Der ist so ein Mist. Und der hat die Schnauze aus. Du bist aber auch gerade vorne am provozieren. Jay, war auch ein Spaß. Und Johnny ist eh ein Spaten, der immer noch aufstehen muss. Nein! Pucki! Oh je, oh je, oh je. Ah, scheiße. Das ist auch 6-0, das kann nicht sein. Ich bin mal gespannt, ob das Orakel nicht recht ist. Bitte, dass das Orakel nicht recht haben. Bitte nicht. Na doch, für das Spiel auf jeden Fall, ey. Das ist mir egal. Hast du wenigstens was Schönes zu gucken, ey? Unten. Jetzt sack. Boah, ja genau, ey. Auf jeden Fall. Ne, nicht rüber passen, das machen wir nicht. Ach, schade. Ich wollte den Lupfen, aber eben immer zu wenig. Na, ich stehe im Abseits. Ich wollte den... Oh, pfff... Oh, pfff... Ah, 4 Minuten noch. Pucki, hat schon. Die haben alle schon. Hier, komm, schieß mich an. Boah, nein, sag mal, oder nicht? Ganz ehrlich, die Scheiße kann man als Torwart eigentlich sagen. Das ist echt Wahnsinn. Hier, pass mal runter. Da. Noch gelb, oder was? Was? Oh, der Freistoß. Ne, doch nicht. Was ist das denn hier? Boah! Was in der Hölle machen die da eigentlich? Ich glaube, die wollen gar nicht miteinander spielen. Ohne Scheiße, Leverkusen gehört nicht schlafen aus dem Orakel. Die sind so scheiße. Ja, die sind echt scheiße. Da hat er mit Braunschweig gerade noch mehr Spaß gemacht. Sorry, Christian, ich habe ganz leicht angetippt, weil ich gesehen, dass dein Oberer da vorne gerannt ist, aber dann hat er den zu stark geschossen. Ich glaube, ich sollte doch lieber die Dreieck-Taste gelassen, statt die Platten-Taste. Das ist nicht im Ernst jetzt mit dem Torwart, ey. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ja, jetzt ist FIFA auch noch schön gegen die verlierende Mannschaft. Das ist ja so nett. Oh je, Leute. Oh je. Oh je. Ah, jeder hat ein anderes... Jeder hat... Ne, immer... Ne, Cookie hat zweimal. Zwei Mal. Aber der wurde auch angeschossen, der konnte da nichts für. Da machst du nichts. Da machst du nichts. Da machst du nichts. Oh je. Schönes Spiel, Jay. Christian sagt doch schon seit fünf Minuten nichts mehr. Husanflip ist jetzt offline. Alter, 15 zu 3 Schiss aufs Tor. Alter, Hammerart, ey. Hauen sie rein, auch im Namen von Christian. Na tschö.